Rund die Hälfte aller Großstädte leiden unter Wasserknappheit. Kapstadt und Sydney sind die bekanntesten, aber auch viele andere Städte sind betroffen. Regelmäßig muss Wasser rationiert werden. Laut Experten wird sich die Situation noch weiter zuspitzen, auch in Deutschland. In Darmstadt sind die Serviceteams täglich unterwegs, um Leckagen aufzuspüren, denn jeder Tropfen zählt. Mit dem HL7000 von Seba KMT finden Herr Vögler und Herr Becker kinderleicht jede Leckage im städtischen Wasserversorgungsnetz. Handlich verpackt in einem Transportkoffer nutzen es Serviceteams weltweit und sind damit auf alles vorbereitet. Ein Bodenschallmikrofon für festen Untergrund, ein Taststab für losen Untergrund, ein Spürgassensor für kleinste Leckagen und besonders schwierige Fälle und ein Piezo-Mikrofon zum direkten Abhören von Leitungen und Armaturen. Durch Plug & Play erkennt das HL7000 automatisch den angeschlossenen Sensor. Mit dem magnetischen Piezo-Mikrofon findet Herr Becker schnell heraus, ob er sich am richtigen Rohrsegment befindet. Ganz einfach. Anschließen, aufsetzen, messen. Auf dem übersichtlichen Display zeigt das Gerät den Pegel und den Frequenzgang an. Um die Leckgeräusche noch besser hervorzuheben, setzt das HL7000 automatisch einen geeigneten Filterbereich, der natürlich nachjustiert werden kann. Hat sich der erste Verdacht bestätigt, wechselt der Techniker in Sekunden den Sensor. Die aufsetzbare Bedieneinheit stellt automatisch eine Bluetooth-Verbindung her. Und schon geht die Suche mit dem windgeschützten und wasserdichten Bodenmikrofon weiter. Während der Arbeit hat Herr Becker die Hände frei und kann sich voll und ganz auf die Leckgeräusche konzentrieren. Die Drahtlostechnik verhindert Störgeräusche durch schlechte Verbindungen, Kabelbrüche und durch das Schlagen des Kabels am Gehäuse. Im Histogrammmodus werden auf Knopfdruck der Geräuschpegel, die GPS-Daten sowie eine Audiodatei gespeichert. So entsteht Messung für Messung ein scharfes Bild der Fehlerstelle. Im unbefestigten Gelände kommt das Taststabmikrofon zum Einsatz. Das HL7000 erkennt automatisch den Sensor und setzt dementsprechend die Vorverstärkung und den Bandfilter. Das Trittstück macht es einfach, eine solide akustische Verbindung zum Boden herzustellen. In ganz schwierigen Fällen reichen die akustischen Messmethoden für eine genaue Ortung nicht aus. Hierfür hat das HL7000 einen Spürgassensor. Die Wasserleitung wird geleert und mit einem Wasserstoff-Stickstoffgemisch befüllt. Durch die Leckage entweicht das Gas und wird vom Gassensor gemessen. Im Display sieht Herr Vögler die Konzentration und den Spitzenwert des Spürgases, ähnlich wie bei der Histogrammmessung. Leckage gefunden, Auftrag erfüllt. Weit gefehlt. Dienstleister müssen für ihren Auftraggeber einen Bericht verfassen, aber auch viele Versorger dokumentieren und archivieren die Messdaten. Kein Problem mit dem HL7000. Über USB verbindet Herr Becker das Gerät mit dem PC und hat vollen Zugriff auf alle gespeicherten Daten. Dazu gehören die GPS-Koordinaten sowie eine 15-sekündige Aufnahme der Fehlergeräusche. Abgespeichert kann der Bericht archiviert oder weitergegeben werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 B